Herzlich Willkommen Leute zu Overwatch im Ranked Modus. Wir sind heute unterwegs mit Chico, Nils, Liquid Vita und Blackhawk. Moin. Hallo. Hier ist wieder Autoschieberei. Wir machen das. Wir nehmen den ersten Punkt ein und wechseln dann. Okay. Alright. Ja, Overwatch im Ranked ist jetzt endlich da. Wir sind sehr gespannt. Man muss zehn Matches machen, um seinen Rang zu bekommen. Es wird der persönliche Rang genommen und der Team Rang und ja, wir schauen mal, wie die erste Runde jetzt läuft. Warum hast du da eine 64-Kunde? Nicht zeigen, denk dran, ne? Genau, wir dürfen uns am Anfang nicht zeigen. Blackhawk. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Wo ist denn Mr. Vita? Was? Ja, doch, doch. Ist ja auch so schwer. Die Auswahl... Die Auswahl war groß. Ist leicht begrenzt. Das war unser erstes Platzierungsmatch. Wir zeigen euch alle. Es wird immer Hin- und Rückrunde gespielt. Also und bei dem anderen, bei Domination, wird Best of Five gespielt. Und ja, in drei Sekunden geht's los. Bin sehr gespannt. Gegneteam. Einer mit Level 173. Die sind schon gerankt ein paar von denen. Mhm. Das Schweineteam wird ziehen. Egal. Ohne 73, die Wahrscheinlichkeit, dass er die Taktik schon mal gesehen hat, ist trotzdem relativ gering. Vielleicht können wir so überrumpeln. Ja. Ich geh links raus. Das wäre ziemlich nice. Team Schwein. Und danach wechseln. Sieg Schwein, genau. Oder wenn es nicht klappt. Sieg Schwein, genau. Sieg Schwein, genau. Du kriegst mich nichts. Und ich glaube hier noch. Rainer ist unten. Ah! Ich hab den Zwerg gezogen. Der Zwerg ist down. Ja, ich muss mich heilen. Ja. Okay, die Mei ist down. Ich bin hinter dir. Ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen. Ich wollte gegenhucken. Egal. Ich hab Pharah außen. Ich hab Pharah. Ja. Ich bin grad auf dem Spot und Rainer... Ich bin auch da. Ich bin auch da. Haben wir? Ja. Oh, ich hab sie gehuckt. Ich hab nochmal. Schön. Ich bin down. Der hat durch ihn. Der hat durch ihn. Der hat durch ihn. Was soll er haben? Ich schieb sie raus gerade. Überraschungseffekt hat übrigens gebucht. Ich heil dagegen. Ich steh noch drauf, aber mit Lower B. Egal. Ich hab ihn. Gut, 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 gut. Haben wir... Alle die tot sind, wechseln. Ja. Ihr wisst warum wir wechseln. Das ist ein Ding. Hier werden die Zwerge umgezogen. Jawoll. Ich ist down. Rechtsklick, Leute. Drei Hooks da hoch, ey. Ich hab meine Ulti noch ready. Das ist runtergefallen. Sie hat keinen Hook mehr. Hab ich. Haken ins Gesicht. Nur wer tot ist, wechselt. Alle anderen machen weiter. Ich hab auch meine Ulti noch. Hier ist noch ein Soldier. Lass ihn in Ruhe. Okay. Oh, die müssen heilen. Die bauen sich ja immer auf. Die meinen jetzt ringen, also... Ja, ihr kommt gerade rüber. Wenn wir ihn... Ab ihn! Slow! Ein HP! Null! Jetzt. Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich trotzdem wechseln? Oder... Weil er wegen der Ulti nochmal kommt. Ja, ne. Dann mach mit der Ulti noch. Aber... Hau die auf jeden Fall raus. Wir haben gerade mit zwei Haken den Roadhog gleichzeitig gezogen. Der Kasten ist auch gezogen. Hinter uns sieht er uns. Ach, Scheiße! Den Trinken war weg! Einfach trinken, wenn er dich. Einfach trinken, wenn er dich anschießt. Oh! Okay, ich hab'n Soldier. Der Schild bricht rein! Schieß auf das Schild! Ja! Hab Reinhard! Ist Slow! Hab mich gepinnt! Ich hab ihn noch 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 gepinnt! Ne, ne. Einfach hinter das Payload! War das nicht auch ne... Oh, ich hab'n... Okay, jetzt haben sie Tower. Ja, ja, jetzt haben sie Tower. Ja, ja, jetzt haben sie Tower. Boah! 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 Wechseln wir jetzt, oder machen wir weiter? Nein! Ich hab'n Oldies. Alle tot! Ja, jetzt sind alle tot! Aber... Wie kommen wir jetzt an dem... Wir haben zwei Bastions. Zwei Stück. Farah! Harrier oder Sniper oder so. Dann geht das. Ach, jetzt habt ihr nicht geweckt. Naja, gut. Ja, ich hab mein Ulti noch. Ich hab mein Ulti nicht mehr. Ich... Bastion! Achtung! Ja, gut, dann mach ich den. Kann den wir ziehen, bitte? Zieht den! Zieht den! Oh, scheiße! Zu spät! Da muss ein Reinhard kurz... Ja, mein Schild ist da und... Ähm... Da war keiner da. Vorsicht! Ich bin Bastion ganz hinten rechts. Wir haben zweimal Bastion jetzt. Ja! Oh, wie machen wir das? Ich muss zurück! Ich muss zurück! Das geht doch nicht! Ich... Mein Schild! Ja! We're down! Wir haben den einen Rotor! Oh, da stehen ganz viele Bastions jetzt! Ja, ja! Zu dich! Wir sind im Genji! Ich kümmer mich um einen Tower. Au! Der will chargen, der Reinhard! Ich brauch Heilung! Ich brauch Heilung! Also, einen Rotor brauchen wir auch hier im Tor noch. Also, einen Rotor, das müsste ja Blackhawk sein. Ja! Nichts! Schild ist down! Oh! Ich hab Junkrat! Ich hab Junkrat gewechselt! Oh! might hau gewechselt! Oh! Ich hab Junkrat gewechselt! Ja! Ich halt gegen... Ich werde gleich sterben, ich bin tot. Oh, ich muss weg, tschüss. Ich habe meine Ulti angemacht. Erst in meine Bandfalle gecharged. Gut. Der ist down. Ich bin wieder zurück, da stehen die beiden Besten. Ich brauche Hilfe. Shit is down. Oh, ich muss weg. Au. Ich werde gleich mit meinem Reifen die beiden Bastions wegmachen, aber dann müssen wir irgendwie einen schönen Angriff hinkriegen. Hey. Nein. Ich habe Farah und ich habe den Torbjörn Tower. Der ist eine Ulti, Achtung. Und die Bastion. Oh, ich brauche wieder Heilung. Oh nein. Das Schild muss weg. Ich habe sie. Okay, jetzt, jetzt, komm. Ich bräuchte ein bisschen heim. Ich gehe nach oben. Und wenn die jetzt nochmal die Bastions auf... Mach sie. Ich brauche nicht. Ich habe sie, aber ich bin wieder runtergefallen. Egal. Nils. Oh, die Nase juckt. Uncool. Kommen wir da ganz hinten jetzt an die dran. Okay. Oh, er ist down. Oh, ich bin jetzt hier. Ist okay, ist okay, ist okay. Achtung. Ich nehme einen Sniper für die Gastronomie. Ja, belebt wieder. Ich habe einen gekillt. Jetzt ist die Chance. Die ist aber auch down. Wir sind alle hier. Okay, Leute, los. Schieben. Nice, 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 nice. Ich hole mir den Bastion links. Ja. Hab ich. Sehr gut. Den halten wir, den halten wir. Schnell den noch. Der ist so viel tot. Den charte ich weg. Oh, nein, nein, nein. Ihr Schweine. Das war so nice. 4 Goldmedaillen an der Gold. Tigo sagt noch. Den tank ich weg. Oder den schiebe ich weg. Und ich sehe es genau. Wir sind abgerutscht. Ja. What a broken man. Schreibt der. Und nehmt 18 Torbjorns. Ja, ja. Und kann ich auf broken plädieren, oder was? Oh, Mann. Verteidigungsteam. Verteidigungsteam. Ich weiß nicht, ob auf der Map, ähm, Reaper so ne gute Wahl beim ersten Punkt ist. Weil das noch relativ viel Distanz. Aber ist nicht gerade der erste gut, weil sie halt alle gleich stehen müssen und hinterher vielleicht nicht mehr, weil jeder distanziert ist. Ja, ich kann aber erst was machen, wenn die auf dem Punkt stehen. Ja, aber du kriegst die Ulti relativ gut noch zusammen. Gerade wenn wir am Anfang aushalten. Okay. Versuch's mal am Anfang mit Reaper. Später könnte man jetzt. Na, auf die linke Seite und am Rand dann mal schön stehen. Eine Alternative wäre auf jeden Fall am ersten Punkt Farrah. Weil der Punkt sehr offen ist. Ja, Farrah generell. Ja, wechsel mal auf Farrah. Aber Reaper ist sp... Ja, vielleicht auch am Ende. Ja, doch. Am Ende könnte Reaper noch ganz... Am Ende ist Reaper stärker, weil der Punkt da etwas weniger offen ist, weil es dahinter diese Lücke gibt, wo man leichter reinkommt. Mh. Wollen wir die eigentlich auf den Punkt abfragen oder schon vorher bombardieren? Im Top-Point. Der Roadhog eigentlich so früh wie es geht, aber am Tor halt. Ja. Wenn er einen ziehen kann. Ich werd in das Kino dahinten gehen. Mhm. In der Hoffnung, dass irgendeiner halt rein rennt und... Ich steh hier. Guck mich mal hier oben an. Ah, da steh ich hier bei mir. Mh. 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 Da ist ein Affe. Notarck. Oh. Affe. Schild ist gleich down? Oh nein! Vorsicht! Und Schild ist down! Der Affe ist aber wieder weg. Oh! Wido sehr weit vorne... Fass down! Ah ne, ich bin down. Ach, fuck. Ich bin down. Ich bin auch down. Wow. Oh shit. Shit, das war... Hat keiner nen Kill geholt. Schub optimal. Ne, der Affe wurde grad nochmal... Wartet auf mich! Hat gerade den, den Full-Heal leider bekommen. Der ist gerade da gespawnt. Keiner hat nen Heal, keiner hat nen Kill. Das ist halt einfach freilseitig auf den Spot gekommen. Das ist, äh... Ja deswegen, einer muss halt direkt sterben. Der Roadog direkt einziehen, einen töten... Oh, der Affe ist... Unsere Freude-Kombi basiert darauf, Leute zu killen. Ja, natürlich. Das ist schon klar, oder? Vorsicht, ich bin dann hier! Ich bin wieder belabt! Ich bin wieder belabt! Au, au! Abbauchst uns weg! Nein! Shit! Ich bin wieder down! Oh! Go talk low! Ich bin... Oh, 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 oh! Hui! Komm jetzt, wir sind zufrieden! Danke! Haben wir wieder belabt von Nils? Oh, scheiße! Nein! Nein! Was ist das für ein Mist! Ich hab Liquid Shit! Wider war noch nicht mal in meinem Sichtfeld! Warum wechsele ich zu ihm, wenn ich verflüge? Ich muss aber wirklich sagen, Nils, als ich Mercy letztens gespielt habe, das Problem, was du immer hast, hab ich nicht... Keine Ahnung! Ich kann immer den heilen, den ich heilen will, indem ich ihn einfach angucke! Das war nicht das Problem gerade! Sondern die Shift-Taste! Das hab ich auch! Weil ich hier immer noch richtig viel Zeit bin, der nicht in meinem Sichtfeld war! Das ist scheiße! Wir haben noch richtig viel Zeit und sind jetzt schon sehr weit vorne! Die Shift kann ich nicht sehen, ja? Mach mal den Soldier weg, bitte! Mein Schild ist down! Soldier ist weg! Da liegt der... Ach, der ist ja abgeschmieden wieder! Oh! Oh! Oh, der kommt! Der ist slow! Sehr gut! Oh! Ich touch... Oh! Nein! Die waren noch auf Winzebel! Ich krieg den Anfall! Ich krieg den Anfall! Fuck! I'm down! Mercy, hab ich! Komm schon! Ah! Gott! I'm down! Oh, der ist oben! Der Alpha ist hier bei uns am Spawn! Wir machen keinen Damage! Wir killen nichts! Hm! Hm! Ich mach meinen Ulti an! Mach den Wappen! Mach den Wappen! Da steht nur Widowmaker oben links im Fenster! Jetzt runterbekommen! Udo ist down! Soll ich vielleicht auf du? Soll ich schaden? Oh, Mercy Mercy! Soviel Schaden machst du ja nicht! Wir brauchen Instant Kills! Aber Mercy ist schon gut! Okay, deren Mercy hab ich! Okay, deren Mercy hab ich! Und die Spiel ab! Bestion! Wodurch, wo durch den? Alter! Der Soldier! Ich hab einfach mal quer über die Map da irgendwo was grob hingeschossen! Oh oh! Helden sterbe nicht! Oh! Oh! Komm her! Oh, mach den Bastion! Der Bastion ist grad bei mir! Der Bastion ist da! Der Bastion ist grad bei mir! Da ist die! Oh! Nice! Bist du? Bist du um? Ja, aber nur damit ins... Wie kann ich dich als Blöcke benutzen gerade? Okay, jetzt halten wir also gerade gut! Ja! Rollt das Auge zurück? Nein, ne? Fünf Minuten! Es rollt langsam ja! Ja, warte! Muss man das Schild aufladen? Danke! Nein, nicht zu dem... Rotor ist down! Rotor, die Ecke frei! Und... Okay! Wir kriegen das Game wenigstens gerade zurück! Rotor ist ein bisschen geflogen! Der ist tot! Shit, shit, shit! Oh! Shit, shit, shit! Oh! Das war knapp! Das war knapp! Widow ist da oben auf der Plattform! Kann man Schild regenerieren? Zu Zarya! Wir haben Infraview! Widow hab ich! Widow hab ich! Zarya ist down! Schön! Zadu! Schild vorsichtig! Komm her! Ah, der macht... Zadu ist down! Ja, sehr schön! Ich hab meine Ulti ready! Die Mariere macht nicht mehr mit! Die Mariere macht nicht mehr mit! Marriere down! Nein, da oben! Ich mach mein... äh, Dings an! Ich... Vorsicht! Ich hab mich leider weggehobt! Nein, so ein schön damit Gotti! Schön, schön, schön! Und? Oh Gott, oh Gott! Komm her, wieder! Komm! Oh! Nein! Wieso kann ich nicht mehr laufen? Ach, das ist wieder das Scheiß-Ding! Schön weiter! Wir müssten die da wieder festhalten! Jigo! Ah! Ah! Persönlich! Oh, egal! Jetzt haben sie wieder Warlack! Ja! Schild ist oben, schild ist oben, schild ist oben! Alles klar! Ich muss zurück! Oh, fuck! Danke! Was? Was? Was denn? Au, fuck! No! Oh nein, da kommt ein Paar! Ich musste nachladen! Fuck! Oh Gott! Da kommen sie wieder alle, ey! Geh jetzt nicht runter! Das Scheiß-Ulti krieg ich nicht ausgeheilt! Ich bin wieder tot! Komm, ich muss einfach los! Ach, kack! Kann rauschargen! Die sind fast da! Auf dem Spot! Von denen sind zwei Tore! Shit! Ah, die sind alle! Ich habe aber gehört, dass mir der was wieder überleben würde! Ja! Allerdings! Boah! Fuck! Ah, nein, einer hin! Einer hin! Nooo! Gut gekillt! So! Abgeschlossen! Haben sie aufgegriffen! Und da nur noch mit dem Dreifer-Kill! Oh! Jetzt gibt's... Co-Runde! Ist das jetzt letzte Runde Entscheider? Mhm! Wir sind Angreifer! Und die haben Angriff! Achso, die haben Angriff! Äh, das werden wir auch wieder nicht schaffen! Lass mich mal Roadhog spielen! Was soll ich denn? Äh, dann nimm du mal Junkrat! Okay! Der Kanzler bestimmt auch, oder? Ah! Oder willst du lieber Soldier? Dann nehm ich Junkrat! Mit dem bin ich auch... Dann nehm ich Soldier! Ja, alles klar! Ob es Zwera oder... Danke! Ja, ja! Ich hab grad nur überlegt... Ich glaub, die dürfen noch niemals den ersten Punkt einnehmen! Kriegen wir hin! Beim ersten Punkt auf jeden Fall drauf achten! Die werden wieder probieren! Einfach einen totalen Overrun zu machen! Da muss ja nicht drauf warten! Töten! Einfach nur einen direkt töten! Ja, mach das einfach! Das ist doch Junkrat! War grad nicht mein Job! Angreifer in 30 Sekunden erwartet! Okay, der bleibt dann hinter mir und beschießt die dann, wenn ich's abhalte? Bist du oder bist du okay? Das große Ding hier hinten! Ja, da muss ich ja gehen! Eine Steinrüstung! Der mit dem Hammer! Ich bleib hinten! Ja, ist okay! Ich... Nur... Weißt du, das ist halt eine Position hier! Hier ist keiner oben! Hier ist keiner oben! 3... 2... 1... Angreifer nähern sich! Gegner, die Fliege zu! Der Affe kommt direkt, wenn sie springt, oder? Der Affe ist fast down! Der muss jetzt nur einer oben auf! Ja! Die sind, die machen die Affen-Taktik! Ja, aber die Affen-Taktik ist halt die schlägteste! Ja! Ein Affe down! Der Rotog ist fast down! Der Rotog hält sich grad wieder hoch! Oh scheiße! Oh nein, ich bin down! Fuck! Jo, geht auf! Noch'n Affe down! Der Rotog hat noch! Ich... Hallo! Ich hab'n Weg! Der muss da halt! Der muss da! Ja! Ja! Jetzt müssen wir den Loop halten! Immer weiter! Töten! 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 Hallo! Ich bin down! Habe ich doch noch eins mitgenommen! Unter uns ist ein Atto? Na ja! Äh... Hier! Den Reifen wieder! Nur zünden da, wo dich keiner sieht! Du standst grad die ganze Zeit auf dem Spot offen! Affe down! Oh, okay! Ich hab'n noch jemanden! Neffe! Vorsicht! Äh... Mein Schild! Komm mal rum! Mit uns! Mit uns! Ja! Und aus! Ich hab'n Soldier getroffen! Kannst du mich, äh... heilen? Ja! Nein! Mein Schild ist down! Oh! Soldier! Richtig! Schön erwischt! Geht los! Ja! Richtig ist down! Versucht einzelne Leute zu picken! Rauke down! Nee! Oh shit! Fauter Vita! Blackhawk meine ich! Ha! Okay! Der Apfel... Ach, der... Schweine ist down! Oh! Nice! Nice! Ja! Nice! Nein! Hast du gut gemacht! Okay! Alles gut! Easy! Schön! Okay! Die Affen-Taktik ist ja richtig kacke eigentlich! Ja! Kannst du vergessen! Weil der hält nix aus und macht zu wenig Schaden in der Zeit! Mhm! Da steht die Gang! Fast blauer lang gezogen! Ja! Jawohl! Nice! Blackhawk! Das soll das Highlight des Spiels gewesen sein? Ja! Blame! Fünfmal Bock! Ja toll! Drei Runden! Weißt du... Ich hab' dich im Wies! Weißt du, das hat uns ein Punkt von mehr rangebracht! Zielbereit! War schon schön, war schon schön! War schon super, ja! War gut! Ja auf jeden Fall! Kann man sagen! Ihr habt gut geheilt! Du kriegst einen Punkt! 41 Prozent! Läuft! Es war nur vier Affen! Oh! Das war aufregend! Kommt jetzt schon eigentlich was? Gibt's jetzt schon irgendeine Belohnung? Nein! Ja! Wieso nicht? Im Personal-Rank habe ich bestimmt jetzt schon! Mhm! Ich hoffe, ich hab meine Lutbox bekommen, weil ich level up gewonnen! Super! Dalo, bei dir wird ja die ganze Zeit schon alle angezeigt! Echt?! Oh, Platzierungsmatches! Uh! Nummer eins! Ein Ranglistenpunkt! Das ist ein Ranglistenpunkt! Wow! Der Wahnsinn! Kommt das noch was? Nein! Äh... Das war unser erstes Match, Leute! Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da! Wir sind uns in der nächsten Runde wieder! Und schaut mir allen vorbei! Bis dann, macht's gut! Ciao! Bye-bye! Tschüss! 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 Tömer! Tschüss! Tömer. Tschüss! Amen.